Ja, herzlich willkommen, Efficiency Systems, mein Name ist Thilo Heffner, ich komme, wie schon erwähnt, vom Bodensee und ich möchte Ihnen jetzt eine Lösung zeigen, die Sie als Maschinenbauer in die Lage versetzt, zu effizienten Maschinen auch noch einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, also eine Erweiterung Ihres Leistungsangebotes. Also Maschinen werden ja von Ihnen in höchster Qualität von weltweitem Ruf perfekt gebaut und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, was passiert denn, wenn Sie jetzt Maschinen an Kunden ausliefern, die nutzen die dann ja dann und ist es nicht auch wichtig, immer mehr für Sie als Hersteller von Maschinen auch noch für einen effizienten Betrieb zu sorgen. Genau das macht Smart Shop Floor. Smart Shop Floor ist eine Lösung, die permanent Maschinendaten ausliest und zwar egal aus welcher Quelle und in frei konfigurierbaren Web-Dashboards anzeigt. Das heißt, wir schreiben eigentlich Ihnen und Ihren Kunden gar nichts mehr vor, wir müssen nur einmal Ihre Maschinen ranhängen und dann sind Ihre Kunden in der Lage, sich selbst zusammenzustellen auf dem Dashboard, was sind die wichtigen Informationen, die Sie brauchen, individuell brauchen für einen effizienten Betrieb. Und das Beste dabei ist, ein Webbrowser genügt. Sie können weltweit in Zukunft dem Geschehen in Ihrem Hause zuschauen. Smart Shop Floor hat also zum Kern eine einfache Nutzung zu ermöglichen. Wir haben uns gesagt, es muss einfach implementierbar sein. Sie sollen keine spezielle Hardware benötigen dazu und Sie können sofort loslegen. Sie haben ab dem ersten Tag Nutzen. Wir müssen nur einmal zusammen die Maschinen verheiraten und Sie haben sofort Nutzen aus der Lösung, die Sie Ihren Kunden weitergeben und ermöglichen können. Was erreichen wir an messbaren Ergebnissen? Eines der wichtigen Ergebnisse ist, dass wir Stillstandszeiten runterbekommen damit. Also wenn ein Kunde frühzeitig davon erfährt, dass ein Wert, ein Temperaturverlauf aus dem Ruder läuft, kann er zu einem sehr frühen Zeitpunkt agieren, bevor überhaupt das Problem entsteht. Sie sehen immer und überall, was Ihre Maschinen machen. Smart Shop Floor ist so aufgebaut, dass Sie letzten Endes auch das gesamte Unternehmen anbinden können und zum Beispiel zu einer Produktionszahl auch den Auftragsfortschritt aus SAP dazustellen können. Alles, was Sie brauchen, ist ein Internetbrowser. Das war's. Sie brauchen keine Applikation, Sie müssen nichts installieren, Sie müssen nur sich einmal im Web anmelden, ähnlich wie wenn Sie ein Flugticket buchen, buchen Sie eben jetzt den Zugang auf Smart Shop Floor. Connect and Run, Plug and Play, alles andere haben wir schon erledigt. Was tun wir? Wir lesen permanent aus der Produktion Informationen aus. Und zwar im Moment bei unserem ersten Kunden, die Firma Desma Schuhmaschinen GmbH, lesen wir alle 5 Sekunden 3000 Datensätze aus. Wir schreiben die in eine Datenbank, ohne uns schon entscheiden zu müssen, was wir vielleicht mal mit diesen Daten machen wollen oder wie wir mal drauf schauen wollen. Die stehen da einfach. Ich sage immer, wir sind die Daten Messies, wir sammeln alles, was kommt und legen das ab. Und im dritten Schritt schauen wir jetzt mit unterschiedlichen Blicken auf diese Daten. Also zum Beispiel bei Ihren Kunden gibt es Menschen, die sind sehr maschinennah, die haben andere Interessen auf die Produktion schon als solche, die zum Beispiel im Vertrieb oder in der Geschäftsleitung arbeiten. Ja, und wie fühlt sich das Ganze an? Ich zeige es Ihnen schnell. So, hier befinden wir uns in einem Webbrowser. Das ist hier der Google Chrome. Und Sie sehen hier diese Felder, das sind sogenannte Widgets. Diese Widgets sind Anzeigefelder, die Sie sich selbst zusammenstellen. Wenn Sie also zum Beispiel sagen, nein, nein, Sie möchten gerne, dass hier oben dieses Widget, das die Maschine anzeigt, nicht so groß ist, gehen Sie rein und verschieben es an eine andere Stelle. Oder Sie gehen in das Maschinen-Widget rein und sagen, Sie möchten gerne nicht diese Maschine anzeigen, sondern eine andere. Das macht alles der Kunde selbst. Das heißt, das System hat den Anspruch, individuell selbst konfigurierbar zu sein vom Kunden, weil wir wissen ja noch gar nicht, was für den Kunden wichtig ist. Die Verfügbarkeit ist weltweit. Das heißt, was Sie am Laptop tun, haben Sie hier auch auf Ihrem iPhone. Also ich habe jetzt hier bei mir drauf genau die gleichen Daten. Ich habe hier eine Maschine angeschlossen, die produziert Schuhe, die macht jetzt gerade Schichtwechsel. Das sehe ich jetzt live. Also eine einfache, leicht zu implementierende Lösung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihren Kunden zu effizienten Maschinen auch Unterstützung für eine effiziente Produktion zu bieten. Zusammengefasst, es gibt zwei Hauptnutzergruppen. Die eine Gruppe sind die Kunden, Ihre Kunden als Maschinenbauer, die in Ihrem Unternehmen mehr Transparenz, mehr Effizienz erreichen. Und das Zweite sind Sie als Maschinenbauer selbst. Wir werden Anfang nächsten Jahres das Modul 2 von 9 auf den Markt bringen, das eine Antwort liefert auf die Frage, warum eigentlich Ihre Maschinen Ihre Wartung nicht selbst organisieren. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Stand 19, konfigurieren Sie einfach Ihr eigenes Dashboard. System steht bereit. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.